Hey, meine Rabeauken, heute werden wir mal gespielt mit massiven Mutantenmorphs. Ich bin ein Warden der Stufe 2. Elina ist ein Wolf der Stufe 3. Yeah. Das heißt, ihr Wolf, also sie war mal ursprünglich ein ganz normaler Wolf. Und jetzt ist sie halt dieser Superwolf. Ich kann mich aber noch einmal verwandeln. Ich bin nur Stufe 2. Und wen wir auch haben, ist der Eisengohle. Den haben wir ja noch gar nicht, Elina. Ja, den gönne ich dir. Ah, ich bin ein Warden. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Aber warte, ich kann ihn doch so auch besiegen. Ich bin doch übel OP. Friss den Sonic Blast. Oh. Friss den Soul Attack. Wow, voll stark. Das war richtig cool. So, jetzt haben wir den Eisengohle-Morph freigeschaltet. Lass mich mal ganz kurz meinen Eisengohlem verwandeln. So, da haben wir die Attacke Core Defense. Oh. Oh. Das sieht irgendwie niedlich aus. Ey, was für niedlich. Ich bin brandgefährlich. Keine Ahnung. Wie sieht das cuter aus als... Warum laufe ich so, Elina? Guck mal, wie ich laufe. Ich habe hier eigentlich erschissen in die Hose oder so. Wieso? Wieso? So ein kleines Mädchen. So. Aber, Elina, für dich habe ich auch einen besonderen Morph in dieser Folge. Och nö. Und zwar siehst du, dass da... Alter, Elina! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Deine Attacke knallt übel rein. Ich habe Langsamkeit 100 bekommen. Vergiftung alles. Kann ich schneller laufen? Ja, aber lass das mal... Und zwar werden wir uns jetzt da hinten Böses umholen bei dem Außenposten. Ah, okay. Werden dann zurück zum Dorf gehen, das hoffentlich auslösen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt noch ein einziger Villager lebt. Und dann ein Raid durchspielen. Denn es gibt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, auch einen Ravager-Morph. Und wie ein Ravager Stufe 2 und Stufe 3 aussieht, oh, da bin ich sehr gespannt, ey. Und was die vor allem für Fähigkeiten können. Und was ich auch definitiv noch machen will, bevor wir den Enderdrachen fetzen, ist der Villager-Stufe 3. Oh, ja. Stufe 2 war ja ein bisschen low. Konnte nicht wirklich was Geiles. Aber ich ahne ja darauf, dass du in Stufe 3 irgendwie so kostenlos traden kannst oder irgendwie sowas. Elina, siehst du einen Atzen mit einem Banner? Aber hier kannst du dir gut die Punkte hochboosten. Du musst mal einen Morph nehmen, wo du noch nicht alle Punkte hast, Elina. Einen, den wir noch nicht gesehen haben. Wie gibt's denn noch? Ah, okay. Aber ich hab nicht so viele Morphs, ehrlich gesagt. Aber irgendeinen. Ich hab einen Creeper, aber den kennen wir schon. Nein, Stufe 3, aber nicht. Nur Stufe 2. Da hat mir keiner einen Banner von den Atzen, ey. Kill die jetzt mit meiner Core-Defense. Hier ist auch kein Allay eingesperrt irgendwie. Wie? Och, Mann. Kommt ran und... Hab ich schon geplündert. Boom. Ah, das macht gar keinen Schaden. Das gibt mir Resistenz und Regeneration. Deswegen Defense auch. Ich hab einen, ich hab einen. Oh, ich hab was richtig Cooles. Aua. Ich hab Böses Omi, Elina. Was hast du Cooles? Ich hab was richtig Cooles gefunden. Wee, wee, wee. Wee, 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 wee. Pass auf. Lauscher auf. Ein Horn. Ziegenhorn. Ja, hab ich. Ich hab's nicht gehört, ne, also... Boah, ich bin zu weit weg. Bist du ganz unten? Ich bin hier unten, ja. Ich bin Eisengolem. Ich bin jetzt ja nicht zu übersehen. Ah ja, da seh ich dich. Warte. Warum ist das so leise, hä? Ein Gegner noch, Elina. Dann hab ich den Eisengolem Stufe 2. Dann lass mich entwickeln, bevor wir den Raid auslösen. Ja, okay. Falls das überhaupt geht bei dem Dorf. Eisengolem Stufe 2. Muggi kratzt an der Tür. Da bin ich ja mal sehr... Oh, meine Maus hat kein Akku mehr. Wir gehen in die Verwandlung rein, Leute. Maus ist wieder aufgeladen. Evolution in 3, 2, 1. Ich hab ja jetzt schon drei reinen Herzen. Wie werde ich aussehen? Was werde ich für Fähigkeiten haben? Wie viele Herzen werde ich haben? Eisengolem Stufe 2. Bin gespannt. Oh, mein Gott, Elina. Ich seh so brutal aus, Alter. Ich seh aber auch ein bisschen aus wie ein Schwein. Aber auch, muss ich sagen. Okay, wir haben 40 Herzen. Ich bin der Crusher-Golem. So, ich hab Core-Regeneration. Die hat sich ein bisschen entwickelt. Und wir haben den Rock Smash. Da schmeiß ich wahrscheinlich in Stein, oder? Ja. Boah, Alter, der explodiert sogar. Boah, damit machen wir den Raid locker, Elina. Ja, perfekt. Raid. Den müssen wir jetzt durchspielen, bis wir einen Ravager sehen, Elina. Ja, und den musst du dann entdecken und dich in ihn verwandeln. Hallo, ich bin ein armer Villager. Sie müssen mich beschützen. Ach so, Junge. Ich hab's gar nicht gecheckt. Vielleicht schaffe ich's sogar, den Eisengolem, bevor ich mich zum Ravager da mache, noch schon auf Max zu kriegen. Weil ich hab schon 25. Da, 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 da. Ich hab's genau gehört. Keine Sorge, Willi. Ich hab dich. Da. Hab dich in meinen eisernen Rucksack. Boah, ich bin übel stark, Elina. Also, ich mach Überschaden. Boah, ich seh das. Das sieht richtig brutal aus. Oh, hier ist ein Baby-Mucki. Die machen mir nix, Alter. Ich hab 40 Erz. Jucki, ihr könnt nicht was. Guck mal, Baby-Mucki. Jo, ein Baby-Muck-Muck. Mucki. Da, 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 da. Ravager, ein Ravi. Ne, Ravi. Ein Ravi. Entdeckt. Entdeck ihn auch mal, nur damit du ihn hast. Hast du? Ja, ich hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du hast keine Chance gegen mich. Boah, das war heftig. Jetzt mit Hexen im Schleppter. Hexen, ja. Weg mit dir. Zack, zack, zack. Weg. 16 von 20. Alter, 17. 18. Zack. 19, Elina. Und ich hab auch einen Haufen Smaragd. Das heißt, falls du eine Fähigkeit haben wirst, dann. Mit Handeln oder so. Gar nicht komplett. Ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich bin ja quasi unsterblich. Ich kann mich auf jeden Fall verwandeln. In die Endstufe Eisengohlen. Junge, das ist brutal. Ich hab den Ravager gekillt. Warte, vielleicht kann ich noch. Sind wir fertig? Ah ja, verdammt, wir sind fertig. Ja, Held des Dorfes. Ich dachte, dass ich vielleicht den Warden auf Endstufe auch noch kriege direkt, weißt du? Noch ein Punkt fehlt, ey. Dann haben wir den Warden auf maximaler Stufe. Maximale Energie. Eisengohle Max, Warden Max. Und dann können wir, ja. Wir gehen zur Verwandlungsstation, Elina. Yeah. Zuerst der Warden. Boah, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie der aussehen wird. Stufe 3, Full Level. Okay, der sieht ja jetzt schon übertrieben brutal aus. Und? Was? Was ist hier los? Er ist ein Dinosaurier oder so geworden. Ja. Du läufst jetzt auf Vierbein statt auf Zwein. Hä, ich seh voll, ich weiß nicht, ich seh schon nice aus, aber irgendwie auch ungewohnt. Ja. Okay, was hast du für Fähigkeiten? Sonic Discharge. Wow. Vielleicht müssen wir nochmal machen, ich hab's nicht gesehen. So aus der Brust auch so raus. Boah. Und dann haben wir den Soul Release. Seelen Release. Zack. Okay, das sind ja eigentlich nur die Gaben. Muss aber sagen. Ist irgendwie, der davor sagt geil aus. Ja, der davor sagt viel. Haben die das vertauscht? Ich weiß auch nicht, ey. Oh, der hast mich nicht so klar. Eisengohle, der muss das jetzt rausreißen. Ja, ja, ja. Finale Entwicklung Eisengohle. Ist der auch schon wieder Max? Oh mein Gott, geht das schnell. Ja, beide sind Max. Gas gegeben, ey. Nina beobachtet mich auf den Zuschauern. Ja, 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 ja. Oh Gott, der Balken reicht fast gar nicht aus, um mich zu umhüllen, ey. Ich guck da an der Seite raus. Oh. Oh, du hast einen dicken Bauch bekommen. Ey. Ich hab auch eine dicke Schulter. Ja, guck dir das mal an. Der pulsiert aber auch so komisch, dein Bauch. Ja. Ich hab Leung. Ich glaub, du hast was Falsches gegessen. Das ist was Hammer. Core Rejuvenate. Oh Gott. Aua, aua. Das sind böse Effekte. Ah, dann implodier ich, oder was? Lass ich meinen Bauch explodieren. Hill Smash. Oha. Okay, da schmeiß ich so. Du wirfst so mit den Steinen. Ah, voll weit vor allem. Wo hab ich das Ding hingeschmissen, ey. Was konnte das jetzt? Da implodier ich einfach. Ah ja, okay. Alles sehr, sehr geil. Aber wir wollen uns jetzt mit Elina zusammen mal um den Ravager kümmern. Yeah. Hornattacke. Aua. Ey, ich hab ich gar nicht getroffen. Warte mal, was gibt's denn noch? Was haben wir noch nicht? Was ist dieser Morph auf der ersten Seite, Elina? Das ist vielleicht ein... Was könnte das sein? Ein LA. Was ist das? Das ist Endermilbe. Boah, Endermilbe. Was ist das hier? Bex. Ah. Boah, es gibt noch richtig geile auch, ne? Ja. Ey, wir müssen eigentlich alle freischalten, alle maxen und dann Wettbewerb machen. Jeder so turniermäßig. Weißt du, was ist der stärkste Morph? Oh, wir müssen sehr nah sein. Weil die hat wirklich heftige Richtungen geändert. Guck mal, ein Cherry Bloss im Biom. Alter, ja. Boah, du musst dich aber dann für den Enderdrachenkampf in der Endermilbe verbandeln. Nee. Hä? Wo? Ich hab auch keine Endermilbe. Aber da könnte die Stufe 2 auch brutal sein. So, weißt du? Ja, das Ding ist aber, wie krieg ich denn den Morph? Dann kriegt man doch nur... Spawner davor, bist du doof. Hä? Wo? Vor dem Portal ist doch ein Spawner. Das ist doch ein Silberfischchen-Spawner. Ja, das sind doch auch Silberfische, mach ich doch. Hä? Du hast Endermilbe die ganze Zeit gesagt. Nee. Das ist ein Axolotel. Oh. Das sieht aber aus wie eine Ender. Also, seid mal ehrlich. Das ist ja wie eine Endermilbe oder ein Silberfisch. Ja, egal. Weil hier können wir trotzdem boosten. Ach, ich bin so nervig. Wir können auch Endermänner boosten. So, Spawnpunktgesetz. Jetzt kannst du mal eine Workbank maken. Hast du genug Essen, Edina? Hast du Full Eisen? Ich hätte gerne mein eigenes Bett. Ja, okay. Message angekommen. Hast du einen Wassereimer? Äh, no. No. Na gut, ich kann dir einen Eimer geben, aber Wasser habe ich jetzt nicht. Okay, geht auch mit Lava. Lava? Okay, okay, okay. Hier, 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 hier. Hast du Pfeile? Wir können eh fliegen, aber trotzdem. Ja, ich habe richtig viele Pfeile. Ah, nehme ich. Ich kann dir zwei ganzen Stacks gehören. Oh, geile Meile. So, als welcher Morph soll ich jetzt kämpfen? Na, irgendwas, was ich fliegen kann am Anfang. Also, ich nehme den Wolf safe. Okay, ich nehme am Anfang den Gars und gehe dann rüber zur... Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe mich jetzt auswahl. Creeper. Ich will noch die finale Creeper-Stufe sehen. Oh, ja. So, das heißt, erst mal Gas. Oh, ich komme meine Attacke nicht, warte. Gusi? Meine Attacke ist weggeflogen. Gib sie mir meine Attacke wieder. Oh, da hinten ist sie. Du musst noch ein bisschen tiefer warten. Ich baue dich da hinten. Oh, Gott. Au, Bruder, aua. Bei dir ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, meine Rüstung, Edina. Oh, nee, hoppla. Egal, passt schon. Der ist aber noch schön Platz hier. Yippie. Man ist die Attacke schon wieder weggeflogen, ich dumme Idiot. Triple Shot. Hä, wo habe ich hingeschossen? Hä? Ist das denn hingegangen? Ich habe ja anders geschielt. So, kann ich damit... Eins, zwei, drei. Wo schießt der denn hin? Jetzt. Hä? Okay, ich weiß nicht, der Gas ist vielleicht schusstechnisch schwierig, aber wir haben ja zum Glück die Sniper Rifle. Ich treffe jeden Schuss. Hä, es ist alles schon kaputt, Edina, alles. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ach nee, die laden noch nicht, wenn man so weit weg ist. Oh, was? Hä? Der kam einfach von der Seite und ich war noch am Regenerieren. Aber ich dachte, du hast 20 Herzen oder so. Boah, okay. Das war vielleicht nicht so eine kluge Idee. Okay, ich habe doch keinen Helm. Pass auf, der fliegt auf dich zu. Oh, Bruder. So ist mir das Letzte auch passiert. Friss. Wo ist denn? Oh, da ist noch eins. Und das. Aber dieser Gasstoß ist komplett schlecht irgendwie, ich weiß nicht. Ja, du kümmerst dich schon darum, ne? Ja, klar. So, ich verwandle mich währenddessen in den Kribsen. Boah, geil, eine Menge Herzen, Menge Explosion. Kann ich jetzt einfach neben den explodieren und die so fahren? Komm mal ran hier, mein Guder. Ja. Du auch. Bruder, aua, aua, aua. Bruder, er spammt anders. Ja, mega. Alter, ich habe den so weggeboostet mit meiner Explosion. Das war übel cool. Boah, der kriegt Kriberschaden von dir. Pass auf mal, wenn der landet, dann kriegt der von mir andere Backpfeife. Ich will ihn auch mal in der Luft angreifen. Oh, der landet. Bruder, er landet, er landet, er landet. Friss den Charge Blast. Ich mache ihn nicht. Warum mache ich ihn nicht jetzt? Hat er es viel abgezogen? Nein. Wir waren hier bei der Attacke. Also, es zieht schon viel ab, ne? Aber irgendwie könnte ich mal... Alter, ich dachte, Junge, aber da rennt ein Ravage auf mich zu. Hallo. Da landet er. Friss die Explosion mal hier. Oh. Schuss. Da ist noch drei jetzt. Explosion. Boom. Drei. Eins. Explosion. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Das zieht schon viel ab, ne? Ist schon doch sehr stark. Ich muss jetzt aber noch... Ich habe gar nicht so viele Punkte gekriegt, die Nieder. Ich muss noch 15 Punkte sammeln hier. Was? Ja, easy. Mit Endormännern kein Problem, oder? Ich will aber unbedingt noch Ravager 2 aussehen, Nina. Strenge ich mal an. Ja, ich bin fertig. Ich bin Max. Fertig schon. Oh Gott. Ich bin Max. Ich brauche noch elf. Da sind meine letzten Opfer. Zwei Stück noch. Ja, dieses Mal könnten wir nämlich gar nichts, Alter. Ich habe nämlich 30 Herzen hier. Verdammten Versage. Oh, da sind aber schon viele auf dich hier. Ja, oh. Ich habe auch nur noch eine Reihe Herzen. Vielleicht können sie doch was. Oh, du musst explodieren. Du musst erst explodieren. Ja, schnell. Oh, ich habe geschossen. Ich habe gefailt. Jetzt. Oh. Ja, okay. Da war aber keiner mehr hinter dir. Halbes Herz. Ab ins Portal, Nina. Aber schnell. Ja, oh nein. Da kommt einer von der Seite. Schnell, ich habe alles. So. Ich zuerst, Elina. Creeper Stufe 3. Und dann Ravager Stufe 2. Der war ja schon übelstark in Stufe 2 jetzt eigentlich. Viele Herzen, dicke Explosionen. Ich denke, der wird jetzt rot, denke ich. So special. Oh. Giant Creeper. Alter. Das sieht cool aus. Ich sehe brutalst aus, ey. Oh. Oh, wie ich stampfe. Bam, 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 bam. Junge, 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 sehe ich heftig aus. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken. Alter, guck mal meine. Du hast so ein Herz als TNT in deiner Brust. Okay, warte, warte, warte. Das pumpt auch. Ich habe den Condensed Burst. Oh. Oh. Tut mir leid in dir. Ich dachte, es ist der Schuss. Nee. Alter. Nicht. Weil ich würde da mal sehen. Alter, Junge, da willst du nicht in der Explosion stehen. So viel steht fest. Alter Schwede. Kann ich aus Erfahrung sprechen. Und der Boom Blaster. Das ist ein Schuss, ne? Okay, da schieße ich einfach mehrere Charged TNTs. Nochmal. Eins. Also drei Charged Creeper Köpfe. Alter, das ist schon. Der ist, glaube ich, der Stärkste, ehrlich gesagt. Der hat doch 40 Herzen. Kann ich jetzt auf zwei Beinen gehen? Junge, das wäre wild. Kann sein. Kriege ich jetzt noch zwei Beine dazu? Boah, kann auch sein. Werde ich noch größer? Bin ja schon so ein Riesenmob. Oh, ich habe eine Rüstung dazu bekommen. Ja, aber das ist low, oder? Ja, schon. Du hast einfach nur eine Rüstung bekommen. Ja, also ich habe ein bisschen längere Beine bekommen. Aber hast du auch eine zweite Attacke jetzt? Guck dir diese Modelbeine an. Ja, Alter, wie auf dem Laufstegel. Pass auf, ich habe eine Attacke dazu bekommen. Ich habe jetzt ein Upgrade. zu meinem Dash bekommen. Ja. Ich Dash mal kurz hier. Ja. Oh, warte. Alter, ja. Entschuldigung, liebes Alter. Ja, auf Tollwut, Alter. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich jetzt noch einen Rage Slam bekommen. Tessas, mal an dir. Du bist eh schwer. Ja, ich habe zwei Herzen. Oh, waren wir das? Alter, ja. Ich mache es aber. Hä? Ich habe einen Rage Slam gerade gemacht. Der war ja übernett. Wie, warte, warte, warte. Ich gucke nochmal. Ja, du hast es auf der Stelle. Oh nein. Ach, der macht so Flächenschaden und dich herum. Weiß ich jetzt nicht. Also die Stufe 3 müssen wir uns da nochmal angucken. Ja, glaube ich auch, Leute. Das war es mit einem weiteren Morph-Abenteuer. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Mich würde sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Würde mich doppelt freuen. Und ihr könnt jetzt oben links oder unten rechts auf das Video klicken. Da kommt ihr direkt zur nächsten Minecraft-Episode. Die dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und dann sehen wir uns gleich da. Euer Benson. Ciao. 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 Ciao.